Weitere Gewitter am Freitag Nach zahlreichen Unwettern in weiten Teilen Deutschlands begrenzen sich die Gewitter am Freitag hauptsächlich auf den Süden und Osten. Unwetter werden nur vereinzelt erwartet. Ungefähr ab der Mittagzeit müsse man im Osten, Südosten und Süden mit auflebenden Gewittern rechnen. Teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Donnerstag hat ein Unwetter in großen Teilen Deutschlands zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehren wegen Blitzeinschlägen und Überflutungen sowie zu Verkehrsbehinderungen geführt.